Ja, hallo, liebe Freunde der E-Mobilität und VW-Freunde. Ich bin heute mal auf der VW-Seite unterwegs gewesen und da kommt mir so ein bulliges Teil in Orange entgegen oder in Ocker oder was das für eine Farbe sein soll. Ja, so Ocker-mäßig, ne? Ja, der vollelektrische ID.4. Hier unten wird auch immer schön eingeblendet, was VW da so an Kenndaten hat. 16,9 bis 16,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wobei sie da teilweise noch NEFZ-Angaben auch mit vermixen, weil die besser aussehen. Na gut, mehr erfahren. Ich kann nicht nur mehr erfahren, Leute. Ich kann ihn schon konfigurieren. Und mein Händler hat tatsächlich auch gesagt, ja, du kannst den tatsächlich jetzt bestellen. Das ist nicht so eine First Edition, wie es beim ID.3 war, sondern es geht jetzt tatsächlich los. Man kann hier nochmal hochscrollen. Es gibt nicht so arg viele Varianten davon, deshalb lohnt sich das nicht. Was sind denn die Unterschiede eigentlich? Das ganze Auto ist natürlich ein bisschen größer. Und wie Dirk Himmelmann sagen würde, vom MEB-Baukasten haben sie da andere, sagen wir mal, Komponenten genommen. Denn hier sind es wenig Einschränkungen drin, oder gar keine Einschränkungen. Die, die wir beim ID.3 gesehen haben, nämlich sind hier nicht vorhanden. Ich habe eine richtige Anhängerkupplung. Ich habe immer fünf Sitze und ich habe auch eine große Batterie. Und ich habe auch ein großes Display. Also das sieht prinzipiell immer gleich aus. Das wollen sie wohl so in der ID-Reihe erstmal ein bisschen gleich behalten. Obwohl es gibt ja noch einen ID.5 oder 6 oder 7. Der hat nur ein Mittendisplay, wie beim Model 3. Der kommt ja viel, viel später erst. Wir scrollen nochmal hier runter und fangen an zu konfigurieren. Es gibt wieder, wie auch bei den First Editions, drei Varianten. Aha, die heißen jetzt nämlich, hier ist diese eigentliche First, das ist die Pro und das ist die Max. Ja, das sieht jetzt ein bisschen anders aus, aber vom Preis her ist das schon die günstigste. Dann kommt die und dann kommt die. Ich interessiere mich jetzt mal für die Max und hatte erst, wo war shocking, zu teuer. Aber ihr müsst ja immer bedenken, da kommen noch die Abzüge drauf. Also man sieht hier immer schön, was das alles so drin hat. Und ja, es variiert schon, obwohl sie hier natürlich nur so eine Zusammenfassung liefern. Da braucht man wieder eine Bubi-Liste dann nachher. Kennt ihr schon vom ID.3 her, um wirklich mal die Differenzierung hier zu sehen, wo ist was drin. Ich nehme mal für mich jetzt mal die Max-Version, um einfach mal zu gucken, was würde ich denn nehmen. Travel Assist ist auf jeden Fall hier dabei. Das ist mal schon das richtige Stichwort. Head-Up-Display ist auch dabei. Und ihr seht ein Panorama-Dach. Das sind schon mal für mich die wichtigsten Sachen. Von der Anhängerkupplung steht hier gar nichts. Ich hoffe, dass die dann in irgendeiner Form dazu genommen werden kann. Er hat auch dieses dynamische Fahrwerk. Boah, ja, keine Ahnung, ob ich das brauche. LED-Matrix-Scheinwerfer habe ich auch. Und die 3D-LED-Rückleuchten habe ich auch. Also alles, was man sich so wünscht. Das andere würde ich jetzt mal als nicht so wichtig ansehen. Aber jetzt schauen wir mal, ob man noch irgendwas konfigurieren kann. Okay, er verwandelt sich schon in weiß. Ja, ich kann wie immer die Motoren auswählen. Da akzeptiere ich nur den Bonus von 3.480 Euro im Moment. Ja, und dann den einen Gang hier muss ich auch wieder neben Heckantrieb. Da gibt es auch noch nichts anderes. Noch kein Allrad. Das wird vielleicht noch später kommen. Und es ist genau derselbe Motor drin wie im ID.3. Das irritiert mich ein bisschen. Für das Auto vielleicht ein bisschen unterdimensioniert. Oder das andere überdimensioniert. Also hätte ich gedacht, sie hätten einen etwas sportlicheren Motor. So, ich kann jetzt zwischen so einem Blau wählen, was auch nicht schlecht kommt. Das ist jetzt defaultmäßig, zeigen Sie hier weiß. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das zu dem Modell passt. Zu dem Modell passt eigentlich dieses Yellow oder dieses Honig-Yellow. Ja, ich würde sagen, ist eher so ein Ockerfarben. Muss einem aber gefallen. Vielleicht dieses Grau, dieses hellere Grau, nicht ganz schwarz, könnte auch vielen gefallen. Vor allem, wenn man es wieder im Leasing-Umfeld benutzen will. Also, oder im Vermietungsumfeld. Ich würde wählen, das hier. Habe ich jetzt mal für mich so gedacht. Das Weiß ist am neutralsten. Ich kriege ja das andere hier nicht. Das Türkis oder das Silber gibt es hier noch nicht. So, und das war es dann hier. Mehr kann ich hier nicht. Jetzt geht es gleich zur Sonderausstattung rüber. Aber ich kann noch ein bisschen an den Reifen machen. Die einen habe ich immer dabei. Das sind 21 Zöller, sind das, ja. 21 Zoll, genau. Die sehen auch ein bisschen arg dicklich aus. Kann ich aber nichts anderes gerade wählen. Ich kann mir jetzt hier noch sehr günstige Winterreifen dazunehmen oder sehr teure. Ich nehme mal die allergünstigsten. Und dann muss ich wieder den Brotwerkzeug mit Wagenheber dazunehmen. Das heißt, die hier oben sind vermutlich dann auch pannengesichert. Also, Airstop, ja, hier steht es ja auch so schön. Genau, deshalb brauche ich nicht die Luftpumpe. Das ist ein bisschen schade. Dann kann man nämlich auch keine, sagen wir mal, die Reifen von seinem Fahrrad aufpumpen. Deshalb finde ich die Luftpumpe eigentlich immer cool. Aber gut, so ist es halt. Der Umweltbonus ist drin. Und dann kann man noch eine Anschlussgarantie sich so dazunehmen. Die lasse ich jetzt mal weg, weil ich normalerweise das nicht brauche. Und das war es dann. Ja, wo ist denn jetzt meine Anhängerkupplung, Junge? Ist die etwa nicht dabei? Das kann natürlich sein, dass das jetzt bei denen noch nicht dabei ist, obwohl sie es ja beworben haben. Das werden wir uns noch mal kurz gucken. Ich kann auch innen nichts ändern. Ist mir gerade aufgefallen, ja. Das muss ich so hinnehmen. Wir gucken uns das Auto aber mal an in der Galerie. Das ist das Einzige, was wir jetzt mal so können. Von außen. Es sieht schon ein bisschen bullig aus. Also, ich weiß es nicht. Ich werde zwar mal anfragen, ob mich das auch schon im Leasing kriegen könnte. Ich hätte das hier vorne gedacht, das könnte man etwas besser vorne stylen. Weil auch von der Seite sieht es aus wie jeder SUV. Ja, es ist ja ein SUV-mäßig. Ich sehe es auch hier an den abgesetzten Rathäusern. An denen erkennt man ja immer. Und man könnte es auch tiefer legen. Da ist durchaus Luft hier. Da sieht es vielleicht ein bisschen sportlicher aus. Die zwei Farben, denke ich, da kommt es noch mal ein bisschen sportlicher. Aber viel mehr kann man nicht machen. Und auch von hinten sieht es relativ bullig aus. Es geht noch. Es sieht fast asiatisch aus, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl. Vielleicht zielt auch VW darauf ab, damit man es im Massenmarkt gut anbieten kann. Da ist die Anhängerkupplung. Die muss scheinbar dabei sein. Aha, guck, da seht ihr es ja. Die Anhängerkupplung muss standardmäßig dabei sein. Sehr cool. Die kann man auch so cool, glaube ich, zur Seite klappen. Die muss man nicht abmachen komplett. Die bleibt dort, ist dann so ein bisschen zur Seite weggeklappt. Auch eine ganz coole Geschichte. Gucken wir uns aber das Teil nochmal von innen an. Jetzt nochmal hier eine Detailaufnahme. Okay, 21 Zoll sind schon ganz schön dicke Teile. Okay, und innen sieht es so aus halt. Das gefällt mir jetzt nicht so super toll. Also hier haben sie so ein Leder-Imitat drin. Sonsten sieht es sehr ähnlich aus mit den ganzen Armstützen und so weiter. Wie im ID.3 auch die ganze Anordnung hier ist ein bisschen anders. Ein bisschen teurer sieht es schon aus, aber viel mehr bringt es auch nicht. Display ist auch zum Fahrer geneigt. Das ist so üblich gerade. So sieht es dann von vorne aus. Das Display ist nur ein bisschen größer. Dadurch, dass es aber nur größer ist, ist es auch nicht unbedingt mehr Funktionen scheinbar bietet. Weiß ich nicht, ob es wirklich was bringt. Also dann sollten Sie da auch ein paar mehr Kacheln ermöglichen. Das sieht jetzt aber nicht so aus. Sieht nach der Standardeinstellung aus. Und das hier ist auch komplett der Standard, wie es beim ID.3 ist. Und Sie werden vermutlich auch das Head-Up-Display und alles genauso hier haben. Auch die anderen Anordnungen sehen alle genau gleich aus. Ja, es gibt doch nur zwei Schalter für die Scheibenheber wieder. Muss man dann so separat umschalten. Wenn man alle vier auf einmal runter machen will, muss man halt die Fernbedienung nehmen, Leute. Also das kann ja kein Kritikpunkt sein. Gut, mir gefallen jetzt die Sitze hier nicht so super, muss ich ehrlich sagen. Boah, die sehen ein bisschen einfallslos aus. Vor allem so in dem Grau. Hm, na gut. Aber da kann ich jetzt nichts dran machen. Es ist ein Glasdach drüber. Das sieht man jetzt hier nicht so. Sieht man es in der Außenansicht irgendwo. Es soll ein Glasdach eigentlich haben. Ja, kann ich jetzt auch nicht so erkennen. Ist aber da, glaube ich, alles komplett da. Und wir haben auch, wenn ich von der Seite her gucke, da noch so eine Leiste genau. Da könnte man theoretisch, ist es, glaube ich, auch zugelassen, einen Dachgepäckträger noch montieren. Das geht auch. Also das Auto ist wirklich ein bisschen besser als ein ID.3 aufgestellt, muss ich ganz deutlich sagen. Der ID.4. Ja, was komme ich jetzt da raus? Und siehe da, selbst bei meiner Konfiguration, ich habe ja jetzt alles angewählt, komme ich bei 55.753.13 raus. Wie gesagt, immer noch mit 16%. 19% sieht es ein bisschen anders aus. Das könnte mir dann die Sache verrageln, weil dann wäre ich über meinem Limit. Ich glaube, mein Limit ist gerade bei 57 für das Leasingfahrzeug. Oh, oh. Dann geht es ja doch nicht. Müsste ich glatt mal ausrechnen, was da der Unterschied ist jetzt hier. Okay. Ich kann ja kaum was weglassen. Ich habe ja gar nichts angewählt. Naja, also gut. Aber mir gefällt er formmäßig nicht so super toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay, wenn ihr meint. Ich finde es ein bisschen Kannibalisierung, das Auto jetzt schon rauszugeben, wo eigentlich der ID.3 erst verkauft werden soll in großen Massen. Die First Edition ist ja nur so, das ist ja nur für die Freaks gewesen. Deshalb darf da ja auch so viel fehlen. Die richtigen Autos kommen ja im Januar dann mit dem großen Update und dann läuft ja die Sache erst an. Und parallel kommt aber der ID.4 jetzt auch schon, hat mir der Händler gesagt. Es ist genau dieselbe Lieferzeit. Also kannst du auch, wenn du Glück hast, sogar noch dieses Jahr kriegen. Oder dann tatsächlich ab Januar oder sagen wir mal spätestens erstes Quartal nächstes Jahr. Warum VW? Ich weiß es nicht. Aber okay. Man kann das natürlich nicht Probefahren, das Fahrzeug. Mein Händler hat mir gesagt, er wird wahrscheinlich auch erst im Januar frühestens einen Wagen kriegen, überhaupt. Aber seine Info ist, das ist eine richtige Bestellaktion und nicht bloß eine Vorreservierung und du kannst wieder abspringen und sowas. Nee, 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 ist richtig. ID.4 VW. Für wen es was ist, guckt es euch an. Wenn für euch der ID.3 ein bisschen zu klein ist, dann guckt euch das Fahrzeug an. Und wenn euch SUVs nicht gefallen, ja, dann ist Essiggurken. Was muss man dann machen? Dann muss ich auf Tesla Model Y warten. Wann kommt das frühestens? Mitte 2021, Mitte nächsten Jahres. Ich sage, im dritten Quartal wird es auf jeden Fall in Deutschland produziert und rauskommen. Die normale Version, die Siebensitzer, bin ich ein bisschen im Zweifel. Wahrscheinlich erst ein Jahr später dann. Aber die normale Version, die mit dem dann eindeutig konkurriert und wesentlich besser aussieht, muss ich ja schon sagen, die kommt dann raus. Preislich? Preislich ist die teure Reihe, das gebe ich ja zu. Okay, Leute, der Preiskampf geht weiter und auch die Entscheidung bleibt euch nicht, wird euch nicht abgenommen. Dann sage ich mal hier vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.